Yo Leute, was geht da? Willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute nicht zu einer neuen Runde Random, auch nicht zu einer neuen Folge Underhelf am Eiland, sondern zur Ankündigung für den 24 Stunden Stream. Wie ihr schon seht, 24 Stunden Stream wird am 1.7. stattfinden. Das ist jetzt kommender Samstag. Und zwar will ich da 15 Uhr starten. Giveaway hau ich natürlich erstmal was fettes raus. Kann ich schon so viel vorab verraten, dass es nicht nur Ingame Sachen zu gewinnen gibt, sondern auch das eine oder andere, was man sogar in die Hand nehmen kann. Ja, was Hardware, würde ich sagen. Will ich noch nicht zu viel verraten, werdet ihr dann dort sehen. 15.30 Uhr soll es weitergehen mit einer Fragestunde. Ja, da ist Jörn mir beiseite oder wird Jörn mir beiseite stehen von WG. Er ist sein Mitarbeiter. Und ihr könnt ihn mit allen möglichen Fragen vom Spiel, E-Sports, was auch immer, was euch zum Spiel einfällt, was ihr wissen wollt, fragen. Und er wird, soweit er es darf und will, wird er die Fragen auch beantworten. Denke ich, wird für mich und für euch und für ihn vielleicht auch eine ganz interessante Sache sein. 16.30 Uhr soll es dann weitergehen mit Veit, ja, 6 Uhr streamen mit Veit hier aus Dresden. Ihr kennt ihr vielleicht, guter Kollege hier. Ja, wenn es euch abtört, dann macht einfach aus für die Zeit. Aber ich denke, für viele wird es auch interessant sein, um Richel 6 Uhr streamen hier zu haben. 19 Uhr soll es weitergehen mit gemeinsamen Kochen und einem Rundtor. Ich zeige euch die neue Wohnung. Führe ich hier so ein bisschen durch, damit ihr wisst dann, wo ich mich befinde, ja. Wie es bei mir so abgeht und mit Kochen weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Werde aber höchstwahrscheinlich irgendwie Burger machen oder irgend sowas. Ja, weil die Küche da drüben ist, werde ich dann mit dem Handy filmen und das halt über Twitch streamen. Hoffe, das funktioniert alles soweit. Vielleicht kriege ich noch das Handy meiner Freundin, ja, da haben wir wenigstens zwei Webcams da drüben. Schauen wir noch, aber wird schon werden, ja. 22 Uhr soll es mit Challenges weitergehen, da seid ihr Leute dann gefragt. Und zwar sollen das solche Challenges sein, wie, ich hatte jetzt an so Sachen gedacht, wie komplett ohne Visier spielen. Also den V-Modus, ja, wie es viele Leute kennen in World of Tanks. Oder halt ohne Maus spielen, ja, alles auf der Tastatur zu spielen. Oder die Hände zu vertauschen, mit den Füßen spielen. Was auch immer, da seid ihr gefragt. Bitte belastet es bei was Menschlichem, ja. Ich will mich da nicht total zum Affen machen, weil es ist immer noch öffentlich, ja, und wer weiß. Aber ich denke schon, dass da was Lustiges dabei sein wird, was ihr mir hier vorschlagen werdet. Und ja, zwar bitte schreibt das hier unter YouTube in die Kommentare oder unter dem Facebook, unter der Facebook-Ankündigung. Ja, und da schaue ich dann, ob da was dabei ist und machen wir das dann. Ja, Mitternacht soll dann ein weiteres Giveaway stattfinden. Und das wird, das Highlight dabei wird sein, dass ein 8. Premium vergeben wird. Nämlich von Bluestarfish, einem neuen WOT-Blog. Eine ganz coole Sache. Und zwar in der Videobeschreibung hier seht ihr, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und wie ihr euch registrieren könnt dafür. Ja, die Registrierung ist offen, sobald das Video online ist. Und Mitternacht wird es dann ausgelost. Und ja, könnt dann 8. Premium gewinnen und noch ein paar andere Sachen. Nachts, 2 bis 8, habe ich so einen englischen Stream gedacht. Geplant. Meisten Deutschen schlafen da oder meisten Europäer werden dort schlafen in der Zeit. Heißt natürlich nicht, dass alle Deutschen dann gehen müssen. Auf keinen Fall. Ihr könnt gerne weiter zuschauen. Ist natürlich alles cool. Aber da das englische Publikum über Nacht halt anwächst, sage ich mal, bitte ich dann halt auch die Chatsprache zum Beispiel auf Englisch zu halten. Das wäre eine coole Sache, wenn das alles so klappt. Früher um 8, wenn die, für die frühen Vögel am Sonntag geht es dann los mit Frühshoppen. Ähm, da will ich alle Premium-Tanks spielen. Natürlich wieder auf Deutsch. Ähm, will ich alle Premium-Tanks in meiner Garage so vorstellen, 1, 2 Runden anspielen. Und denke, ähm, falls ihr interessiert seid, ja, falls ihr Meinungen braucht, falls ihr Premium-Tanks sehen wollt, ja, dann seid von 8 bis 12 dabei. Ähm, da werde ich dann alle Premiums spielen oder auch noch nachher. Ja, Sonntagmittag, 12 Uhr, soll dann ein großes Giveaway zum Sonntagmittag stattfinden. Ja, gibt es auch wieder die verschiedensten Sachen. Und danach ab 12 Uhr ist Durchhalten angesagt. Ich weiß es noch vom letzten 24-Stunden-Stream. Ich war so fertig nach einer gewissen Zeit. Ähm, und die letzten 2-3 Stunden waren einfach nur noch eine Qual, ja. Letzten 20, 27 Stunden oder so. Äh, wegen den ganzen Donations. Ähm, aber wird auf jeden Fall eine coole Sache. Denke, das kriegen wir alles so hin. Und freue mich total, äh, euch da zu sehen. Genau dich, du da, ähm, dass ihr alle mit am Start seid und wir einen super 24-Stunden-Stream haben, ja. Ich brauche immer ein bisschen Unterhaltung als Streamer. 24 Stunden lang WOT-Spielen, das ist so ziemlich, äh, eine ziemlich harte Aufgabe. Deshalb, ähm, bitte seid alle mit dabei. Unterhaltet mich kräftig und dann werden wir einen kleinen Stream haben. Na dann, ich freue mich. 1. Juni, 15 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin. Haut rein.